Das will ich nicht. Ah, fuck. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Aber, ich hab jetzt volle Energie, also die Octobalp dürfte kein Problem sein. Ups. Jetzt vorsichtig. Durch, haha. Das Einzige, was zum Problem werden könnte, sind wieder mal diese Viecher. Die hier, genau die. Ah. Ich hasse sie so, von Herzen und überhaupt. Und sie sind dreckig. Sie sind kacke. Sie können nichts. Ah, sie können wohl was. Sie können mich verletzen. Ups. So, und hopp. Und hopp. Jetzt, haha, die Octobalp ist weg. Sie ist weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. So. Ich bin schon wieder am nächsten Teil des Levels. Das freut mich. Deswegen werde ich jetzt erst mal das hier abholen. Und dann, hopp. Und dann gehe ich ein Stück weg. Au. Na toll. Und fange mir gleich wieder eine. Also. Das sieht doch mal schön aus. Haha. Yeah. Lebensenergie. Lebensenergie kann ich immer gut gebrauchen. Und hopp. Ha. So. Und wieder. Weiter. Ah. Ich kann leider nicht durch Wände schießen. Das nervt mich ein bisschen. Aber ansonsten geht's. Ansonsten ist alles okay. In Bad und WC. Bämsen. Also, ich hab mich langsam an die Steuerung gewöhnt. Ich müsste nur noch das Daschen hinbekommen. Und das Springen nach dem Daschen. Autsch. Mal sehen. So. Jetzt werde ich wieder ganz... Ups. Nein. Das wollte ich nicht. Ich will den Treble Boost. Genau. Hoppa. Und hoch. Haha. So. Und jetzt wird hier wieder ganz schlecht. Ups. Gut. 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 Treble Boost kommt. Haha. Ich liebe Treble. Treble ist so toll. Treble ist besser als Rush. Habe ich das jetzt laut gesagt? Tut mir leid. Treble ist besser als Rush. Äh. Ähm. Nein. Nicht schon wieder. Ich hätte es schaffen können. Ich hätte das Leben kriegen können. Oder auch nicht. Äh. Nein. Nicht schon wieder. Autsch. Das ist besser als wenn ich... Oh. Fuck. Alter. Das ist so krank. Ja. Ich kam da durch. Ich bin da durchgekommen dazwischen. Ist ja geil. Man muss nur schnell genug sein, wie es aussieht. So. Trotzdem. Ich weiß nicht. Ich... Den Dash. Das ist für mich... Ein Buch mit sieben Siegeln. Ah. Da ist er. Okay. Okay. Ich habe wieder diesen Boss gefunden. Äh. Nein. Ich bin tot. Gut. Also. Der... Er ist schwer. Und ich hasse die Steuerung. Habe ich das schon gesagt? Ja. Ich habe es schon gesagt. Gibt es eine andere Taste, mit der es klappt? Nein. Das ist sie nicht. Das auch nicht. Das vielleicht. Nein. Das da. Das da. Nein. Er kann mit nichts dashen. Außer mit der Runterspringen. Kombination. Was ist das für eine Scheiße? Ah. Es ist so... Es ist so schlecht gemacht. Ich meine, das ist das erste Mal, dass ein Dash so verunstaltet wurde. Au. Ja. Ich habe getroffen. Autsch. Ah. Fuck. Aber es klappt. Haha. Wow. Fuck. Hm. Mist. Und? Treffe ich irgendwas? Mache ich irgendeine Wolke kaputt? Nein. Oh Gott. Das wird knapp. Ja. Ja. Ich habe getroffen. Er ist tot. Der Boss ist tot und ich habe keinen E-Tank benutzt. Das ist einfach klasse. Also zumindest für den Boss jetzt hier war er klasse. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird bei... Was weiß ich? Äh. Dem anderen Man, der jetzt kommt. Obwohl. Da könnte ich das... Da könnte ich den Dash auch gut gebrauchen. Aber trotzdem. Die Steuerung, sie ist immer noch scheiße. Ich... Ich kann einfach nicht. Ich weiß nicht. Kann man es mit irgendwas vergleichen? Die Steuerung hier, äh... Im Gegensatz zur Steuerung bei Mega Man and Buzz. Das ist wie... Hm. Hm. Mir fällt kein guter Vergleich ein, weil es ist einfach nur eine Scheiß-Steuerung. Ja. Scheiße. Hm. Das ist wie... Das ist wie... Hm. Boah, die sind so schnell. Au. Na komm. Na komm. Hä? Das geht? Ist ja krass. Alter, Buzz hat doch was drauf. Alter, ist das... Diese Sniper-Joes, die sind... So jedenfalls schnell weg. Ja, die sind jetzt noch schlimmer, glaube ich, als im... Normal-Mode. Weil im Easy-Mode waren sie leichter als im Normal-Mode. Also müssen sie so schwerer sein. Ah, doch nicht. Und dich mache ich jetzt fertig, indem ich mich drunter stelle. Und dieses Ding wird wohl mich fertig machen. Nein. So, jetzt Dreck. Er ist weg. Der Dreck ist nicht mehr an meinem Schuh. Und hopp. Ah, Mist. Ja. Weg, du Dreck. Vieh. Oh, hier. Hier kriege ich Bammel. Deswegen... Ich hab... Öh, pss. Setz doch mal auf. Wusch. Au. Hey. Aber es... Es... Es hat mich nicht nach unten geschleudert. Das ist schon mal positiv. P-p-p-p-positiv ist das. Ups. Autsch. Naja, wenigstens kriege ich hier ein bisschen was dazu. So. Äh, hier. Wie war das hier? Upsa. Hey, es klappt. Wusch. Wusch. Hoffenweise Luftblasen kommen hier noch. Und... Viecher. Hässliche Viecher. Hässliche Hässler und Viecher. Uah. Ah. Was mache ich jetzt? Hoppa. Und Glück gehabt. Mh. Das war so eklig. Jetzt. Dieses Vieh. Und ich hab immer noch Dreck am Schuh. Äh. Äh. Dieser Dreck. Er... Er lässt mich so rutschen. Das ist widerlich. Das könnt ihr mir glauben. Das ist widerlich. Ah. So geht's. Geil. Ist ja gar nicht mal so übel. Wusch. Wehe. Du machst mir Dreck an den Schuh. Äh. Er hat mir wieder Dreck an den Schuh gemacht. Ich hasse Dreck am Schuh. Sch- Schuh Dreck. Dreck am Schuh. Äh. Dreck. Jetzt. Mach mich nicht fertig. Ups. Ups. Äh. Fuck. Bei dem dauert das so ewig. Scheiße. Mh. Deswegen muss ich warten, bis ich keinen Dreck mehr am Schuh hab. Damit das noch halbwegs akzeptabel wird. Nein. Ich wurde schon wieder von diesem... dieser Blase getroffen. So. Jetzt schnell. Nein. Nicht. Nicht. Oh. Fuck. Nein. Nein. Oh. Alter. Ich hasse es so. Ich hab es... Ich hab es hassen gelernt. So richtig hassen gelernt. Es ist so hassenswert wie... Als wenn man es nur noch hassen könnte. Nein. Fuck. Da muss man echt aufpassen. Damit das was wird. Ups. Nein. Dreck am Schuh. Dreck am Schuh. Dreck. Nein. Ich hab es gewusst. Irgendwann passiert sowas. Ich geh oben lang. Ich geh sowas von oben lang. Ihr könnt nicht mal... Ich will kein E-Tank. Ich will da oben lang. Was hab ich? Wie viel Leben? Oh Gott. Aber ich hab die Donnerwolle. Von daher... Ihr könnt mir nichts. Nein. Doch. 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 Können sie. Sie können alles gegen mich tun. Nein. Nein. Spinnen. Igitt. Aber... Da hinten war... Was ich gebrauchen konnte. Nämlich... Schrauben. Schrauben, man. Oh. Und... Jetzt hol ich mir Schrauben. Mit Trebble. Mit Trebbles Hilfe. Höppah. Oh. Diese Engelsform. Die sieht so geil aus. Ich will ein Engel sein. Upsa. Ah. 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 Nochmal ein Engel. Ah, nein. Nicht Bolle. Engel. Ich will Wengel. Wengel. Wengel? Hilfe. Engel. Hey. Ich liebe diese Engelsgestalt. Und sie tut mich hier sogar halbwegs heil durchbringen. Was haben wir hier? Ein Leben. Ein Leben. Ein Leben. Ich will dieses Leben. Und ich kriege dieses Leben. Ich kriege dieses Leben. Oh. Nein. Mann. Die Steuerung bringt mich nochmal um. So. Hoppa. Das war's schon. Mit Trebble. Oh Gott. Oh Gott. Ich seh's schon kommen. Oh fuck. Oh fuck. So. Weg ist es. Jetzt wird's gefährlich. Ich warte bis er gespuckt hat. Dann kann ich hier lang. Upsa. So. Und jetzt ab nach oben. Haha. So krieg ich ihn. Na komm. Geh auf. Ups. So. Jetzt renn rein. Äh. Spring rein. Ja. So muss das. Oh. Fuck. Nein. So treff ich nicht. So treff ich nicht. Und so treff ich. Okay. Okay.